Pädagogisches Hallo und herzlich willkommen hier in der Pädagogikzentrale. Wir spielen heute eine Runde Bad Wars auf dem gomohd.net-server und mit dabei ist Dr. Professor Nitzel. Hi. Seine Krankenschwester, der Zerdejax. Gut aussehen und schön. Hi. Und dem Praktikanten, dem Schulpraktikanten, MLG. Ja, ha, 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 ha. Moin, Leute. Moin. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Nach dem Video wieder. Ich habe das dahinter geschmissen. Ich fand es nicht mehr. Ja, ich auch. Hatte ich auch eben. So, dann laufe ich mal zu grün. Ich bringe jetzt einfach mal... Was? Alles klar. Server bricht ab in Aufnahme. Äh, pädagogisches Hallo und herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen heute eine Runde Bad Wars und mit dabei ist der Nitzel. Hi. Der Sergen. Moin. Hi. Und die Finn. Ja, hi. Wir sehen uns in der Runde wieder. Da sind wir auch schon wieder. Äh. Das ging aber schnell. Da musst du gar keinen Cut setzen. Leute, ich habe das Bett gefunden. Und habe es abgebaut. Bin proven. So. Aha. Ähm. Also, ich habe jetzt vor, eindeutig mal zu gewinnen. Das wäre cool. Deswegen habe ich euch ja dazu geholt. Weil wenn ich allein spiele, habe ich gar nicht raus. Aber hätte ich vorher schon gewusst, dass Finn mitspielt, hätte ich mir gedacht, na verdammt. Sagen, das habe ich gesehen. Was du gerade gemacht hast. Was? Nein. Hä? Ja, Sergen hat Nick angeschleckt. Was? Ihhh. Nein. Ja, ich habe es genau gesehen. Ich habe es seit drei Wochen nicht mehr duschen. Weil wie widerlich bist du denn? Ja, spring erst mal runter, du Mopfer. Ja, der stand in mir. Nein, ich baue den Weg gerade. Ich finde es nicht okay. Was war das denn, Nick? Ey, du standst in mir, Sergen. Nein, Sergen! Was ist denn mit dir los? Was mache ich denn? Deine Anwesenheit bringt uns alle dazu, in den Selbstmord zu gehen. Stimmt doch gar nicht. Solltest du ernsthaft die Gedanken machen? Ich baue mich doch nur rüber. Weißt du, Nick springt runter, ich fahre runter. Ja, Sergen irgendwie, deine Anwesenheit, die tut uns allen nicht gut. Also, nicht böse gemeint oder so. Das ist nur nicht jetzt persönlich. Wenn du das persönlich nimmst, ist okay. Sag Grüße, wenn du irgendwann mal was tust. Hallo? Ah, du bist grün. Pass auf, Thomas. Ey, wir sind gar nicht mehr grün! Wir sind ja gelb! Wir sind in einer neuen Runde. Scheiße. Schon aufgefallen? Nee, du weißt, ich spiele so selten, Bad Wars. Ich muss aus Bett, eigentlich. Hab's! Easy. Wir wollen dich schon mit dir, du! Oh mein Gott, Nick, ich bin stolz auf dich, ich bin stolz auf dich, Digga. Oh, ich hab ein Kill, ja. Oh, Hilfe. Oh, finish the hero. Nein! Hallo, da kommt ein Grüner zu uns. Der ist nicht mehr bei uns. Macht ihn weg! Hab ihn, easy. Hab ihn. Nein, ich hab ihn. Ah, dezent ist... Oh, es reicht nicht. Scheiße. Hallo, ich brauch Rüstung und so. Geht weg, lasst mich alle in Ruhe. Jetzt hab ich nur einen Stick. Kann man machen. Warte mal, Thomas, hast du Simlat bei dir in der FL? Äh, ja. Der ist Supporter. Seit eben. Echt? Ja, der ist jetzt blau bei mir. Der hat was getrunken. Von einem blauen Team. Nein, nein, der ist Detective. Der ist Detective. Ah, ich wollte schon sagen. Du hättest immer ein bisschen HGW sagen. Sollen wir den mal auf den TS holen? Warte, ich hab ihn. Machen wir später. Moment, nach der Aufnahme. So, oh, ich hab ein Schwert, Alter. Jetzt kann ich rasieren. Ich hab 5 Gold. Ich hab mir jetzt ein Eisenschwert. Nee, nee, du kaufst mir jetzt ein Eisenschwert. Na. Hallo, Sergen. Das steht im Vertrag. Hast du mal schon mal Paragraph 4 von H5 des 6. Paragraphen von 7 von 9 gesehen? Warum baut denn keiner von euch Idioten das Bett ein? Nein, das ist... Das ist... Das ist echt überbewertet, total zu tragen. Nein. Ich dachte, es ist überbewertet, in die Mitte zu gehen. So hab ich das mal irgendwann verstanden. Ich bin gerade in der Mitte. Also spielen nicht die ganzen Bedros Pro mittlerweile alle ohne die Mitte? Keine Ahnung. Ich bin kein Bedroff. Doch bin ich. Nein, die rushen nur. Wie gleich Mitte. Ah. Wie wer? Wie wer? Kenne ich den? Nein, nein. Nein, nein. Tut mir leid, tut mir leid. Ich rake jetzt blau. Was wird easy? Ich rake gerade grün, easy. Ich brauche erstmal eine Spitzhacke. Ich brauche eine Brustplatze. Ich habe Brüste. Der Nickel outet sich als Transistenz. Transistenz? Moment. Dieses Wort google ich später. Transzendenz. Hallo, da kommt ein Gelber zu uns. Ach, das bist du ja cool. Ah, das ist ein blauer. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi wo es Eisen ist. Ich glaube. Ich weiß, wo noch mehr Eisen ist. Thomas. Ich bin stolz auf mich. Der ist von über mich gejumpt. Ich kann ihn gar nicht hinten. Der hat Hacks an. Da ist noch ein blauer! Alarm! Alarm! Der hat mich gekillt. Was denn das? Also Leute, ihr seht mir heute eigentlich nur beim Einkaufen zu. Das ist aber auch okay. Dann lernt ihr wie man das Shopsystem nutzt bei Gomme. Wie man das alphabetisch automatisch lernt. Ja. Wenn ihr natürlich Tipps habt, immer schön in die Kommentare schreiben. Freue ich mich drüber. Hotkeys braucht man nicht. Hotkeys sind live. Wie Hotkeys? Man nutzt doch keine Hotkeys mehr heutzutage. Stimmt, heutzutage geht alles per Maus. Ähm, hinter uns ist jemand. Ja, egal. Lauf, 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 lauf. Ach, da ist Eisen. Jetzt habe ich auch mal gelernt, wo Eisen ist. Ach, da oben ist Gold. Leute, ich habe Gold gefunden. Wo ist Gold? Wir haben einen Gold-Spawner bei uns in der Base. Ach, deswegen haben die immer alle einen Bogen, sind besser als wir. Ja! Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Äh, das ist da so eine Leiter so. Bin ich. Ich kann abbauen. Hä, wo? Nicht angucken. Ich sehe das Bett nicht. Äh, zwei. Hilfe. Eins. Drei. Ich kenne das so bei einem anderen Kontext, bei einem anderen Vorfall. Aha. Leuch... Ich. Leute, wer möchte einen Bogen? Äh, ich, 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 ich. Wer braucht noch einen mit Skill? Ich, 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 ich. Wollen wir dem einen geben? Gib, gib, gib! Hä? Wo ist denn das Bett? Sag, bist du so blöd, um ein Bett zu finden? Ja! Guck mal hinter dich. Weißens ist es dann vor dir. Warte! Thomas, komm doch mal zurück! Nein! Komm doch mal zurück! Nein! In welchem Base bist du denn? Blau! Was willst du denn von mir, Nick? Hier ist eine Picke. Hä, ich bin bei Blau. Ich hab doch einen, ich hab eine Eisenpicke. Ja, das ist nicht da beim Wasser. Das ist da links. Da, 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 da. Bei dem Shop-Bof-Sagen? Echt? Wo müssen wir denn hin? Zu Blau, ne? Nicht gleich da hoch. Nein, es ist da. Hä? Nein, ey, hier. Wer bist du da oben oder was? Guck hier! Wenn ich jetzt so spitze, dann muss ich das abbauen. Ach, da! Oh, ich war ganz oben. Ich will wenigstens einen Kill machen, Leute. Ich möchte wenigstens noch irgendwie Skill haben. Das wird nichts. Das wird nichts mehr 2017. Gut, Leute. Wenn es euch über die Folge gefallen hat, erzählen wir dir die beiden. Nein, Spaß. Prank. It's a prank. Leute, könnt ihr das Bett immer noch nicht abbauen, oder was? Nein, ich hab keine Spitzhacke, weil ich dumm bin. Ist dir schon mal aufgefallen, Thomas, ist dir schon mal aufgefallen, dass ein Nick Nikos kleiner Ralf ist? Was? Wie, die schlagen mich grad mit der Hand zu Tode? Was soll denn das? Die haben mich gekillt. Ich hab Paluten! Ich hab einen gekillt. Es reicht für mich, Leute. Mein Erfolgserlebnis ist erreicht. Nicht? Ähm, ja. Tschüss. Nee, wir müssen die Runde noch fertig spielen sagen, bevor ich das sagen. Warte, ich mach das. Warte. Hab gewonnen! Nick! Jawoll! Ich hab einen Kill gemacht, das ist voll okay. Kann ich mich nicht beschweren. Ich würd sagen, das war's auch schon wieder. Checkt die anderen auf jeden Fall ab. Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Außer Finn, weil der hat keinen YouTube. Ähm, ja. Sagen verlinke ich sowieso schon mein ganzes Leben drunter. Nick ab und zu mal. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao! Ciao, ciao! Ciao!